Die Zusammenarbeit zwischen dem Fassbinder und mir begann im Jahr 1979 mit Berlin Alexanderplatz, hat sich fortgesetzt mit Lili Marleen, ging weiter mit Lola, Veronika Voss und das letzte war Querell. Es waren die letzten fünf Filme, die er gemacht hat, also Alexanderplatz dazugerechnet, was ja eine Serie war von 13 oder 14 Stunden. Das Ganze begann eigentlich so, ich bin nach München übersiedelt im Jahr 1978 und wollte hier Fuß fassen. Kaum war ich hier, bekam ich einen Anruf von der Bavaria, was mich sehr positiv beeindruckt hat. Und noch dazu mit der Frage, ob ich vielleicht mit dem Fassbinder was zu tun haben wollte. Das war eine sehr scheue Frage und ich war einigermaßen verwirrt, weil ich habe mit manchem gerechnet oder hätte mir manches gewünscht an deutschen Regisseuren damals. Aber eigentlich nie den Fassbinder, weil er war mir so fremd wie nur was. Gut, ich bin nach Berlin gefahren, habe den getroffen, was sehr mühsam war. Ich wurde empfangen von Harry Bär in einem Leintuch gehüllt und wurde vertröstet, ich sollte vielleicht vier Stunden später wiederkommen. Das sah schon gar nicht gut aus. Und kam also vier Stunden später wieder, irgendwo in der Bleibtreisstraße in Berlin und wurde dann empfangen vom Rainer, an einem Schreibtisch sitzend, mit dunklen Brillen in Leder gehüllt. Sehr abweisend, sehr mürrisch und so. Also ich dachte mir von Anfang an, ich bin halt nach Berlin gefahren, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Also wir haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Gut, das sollte sich als wirklich falsch erweisen. Wir haben geplaudert, über welche Kameramänner man schätzt und was ich mir vorstelle. Und über kurz, eigentlich nach kurzer Zeit hat sich herausgestellt, wir hatten den gleichen Geschmack, was Kamera betrifft. Also was Vorbilder, was Idole oder so betrifft. Das war im Großen und Ganzen ein Mann. Und das war schwarz-weiß eigentlich. Und das war Gianni Di Venanzo. Und das war natürlich wunderbar. Über diese Schiene hat man sich dann ganz schnell verstanden und das Gespräch wurde ganz herzlich, kann man fast sagen. Und wir haben uns verabschiedet unter der Prämisse, also er könnte sich das gut vorstellen. Wir machen vielleicht miteinander einen Film. Wurde kurz darauf, am nächsten Tag, bin heimgefahren nach München, vom Dieter Minks, damals Bavaria Produktionsleiter, angerufen. Also ich sollte doch den Alexanderplatz, Berlin Alexanderplatz fotografieren. Das war aber eine Arbeit von einem Jahr, das hat mich sehr überrascht. Also ich habe damit nicht gerechnet. Es war eigentlich, wenn man das so von dem Begriff Karriere betrifft, ein Traumeinstieg. Also so begann eigentlich diese ganze Zusammenarbeit. Diese Arbeit begann einmal die ersten, glaube ich, zwei oder zweieinhalb Monate in Berlin, für Berlin Alexanderplatz. Der Rest war dann München, also hauptsächlich München, Bavaria Studios. Was sich ganz schnell herausgestellt hat, der Mann ist sehr ungeduldig. Ich aber auch. Er war extrem schnell, ich aber auch. Also es hat sich so eine Lust herauskristallisiert, schnell zu sein. Also qualitativ möglichst gut, aber trotzdem schnell. Also sich nicht verlieren in irgendwelchen Details oder herum basteln oder so. Das hat sehr schnell in einer ziemlichen Hysterie für alle anderen vor allem geendet, weil wir haben uns gegenseitig gehetzt. Sportlich, eigentlich war es Sport. Also gut zu sein und schnell war eine sportliche Angelegenheit, die sich dann meistens nach Drehschluss... Also es wurde beschlossen, wir wollen jede Einstellung nur einmal drehen, möglichst. Also es sollte möglichst niemand Fehler machen. Das Übliche ist, wie wir alle wissen, jeder macht mal einen Fehler. Einmal ist das Mikro im Bild oder irgendwer verschwenkt sich oder ein Schauspieler verliert den Text. Also es wurde die Parole ausgegeben, einmal drehen ist es eigentlich und alles andere ist eigentlich Sünde. Das hat gut funktioniert und es ging über, man kann sagen, glaube ich, neun oder zehn Monate gut. Es war auch für den Fassbinder eine Hilfe überhaupt, diese Dimension zu schaffen, weil er hat ja normalerweise nur, was ich an Filmen gedrehe, drei Wochen, vier Wochen, wenn es gut geht, vielleicht mal fünf. Diesmal waren es zehn Monate, er hat sich da nicht getraut, auch selber, also seinem eigenen, wie soll ich sagen, seinem Charakter. Durch diese, aber durch diese sportliche Einstellung wurde das so zu einem Match und wurde für viele Mitarbeiter zur Qual, weil die mussten natürlich sich dann bald laufend bewegen, also rennend meine ich, um unserem Ding da gerecht zu werden. Es war vielleicht nicht sehr angenehm für manche, aber es hatte den Vorteil, dass es eine sehr konzentrierte und für alle eine sehr konzentrierte Arbeit wurde. Ich habe dieses System eigentlich beibehalten, ich glaube, es ist ein sehr gutes. Also es gab kaum Überstunden und fast jeder Tag, wenn ich mich richtig erinnere, möchte nicht sagen jeder, aber viele Tage, speziell in Berlin, haben mit einem Fußballspiel geendet. Also man hat dann auch schon das System gehabt nach, ich glaube sogar, es war nie viel später als vier Uhr nachmittags, ist man dann Fußballspielen gegangen, trainieren, es war dann der Ehrgeiz, also zu irgendwelchen Matches zu führen gegen eine, ich kann mich noch erinnern, damals hat gedreht, die Regina Ziegler in einem Film, Fabian, glaube ich, war das, Gräm. Und da wurde dann ein Match gegen diese Partie irgendwann ausgemacht und wir waren sehr interessiert an gutem Training, Fußballtraining. Wir hatten eigentlich überhaupt keine Berührungspunkte, also ich muss gestehen, ich kannte gar nicht so viele Fassbinderfilme in dieser Zeit, also bevor ich mit ihm begonnen habe zu arbeiten. Mich hat mehr interessiert von den Deutschen, ich weiß nicht, Wenders oder, ja, eher Wenders, also von so einer Stilrichtung war es für mich eher der Wenders, mit dem ich nie was zu tun hatte. Trotzdem war das so mehr meine Richtung. Dieses, ich würde sagen, fast saftige Arbeiten des Fassbinder, dieses Direkte, dieses auch Physische, es war alles sehr, wie soll ich sagen, eben physisch im Sinn von Schnelligkeit und hinauf und hinunter und so, sehr körperlich das Ganze. Das hat dann, komischerweise ist das mir sehr gelegen, also da entstand eine Art von Verwandtschaft und nach einigen Wochen, würde ich sagen, haben wir uns sehr gut verstanden und es hat dann bis zum Ende ein Verhältnis gegeben, ich würde sagen, ein freundschaftliches Respektsverhältnis. Ich war oft gestresst von ihm, im Sinn von, er war doch sehr diktatorisch, also selbst in freundlichem Sinn war er doch sehr, sehr bestimmt, sehr, sehr diktatorisch, aber in einer Sache, es ist schwer, jetzt muss ich ein bisschen nachdenken, der Reiner hat total, Fassbinder hat total bestimmt die Kadrage, also die Optik, er wusste, welche Optik er will, er wusste, welchen Ausschnitt, am Anfang hat er noch selber durchgeschaut durchs Okular, das hat sich dann gelegt, weil er Vertrauen gefasst hat, aber der Ausschnitt war für ihn, also sozusagen seine Sprache, das war, und das ist natürlich ein gewisser Drucker von Kameramann, der selbst auch seine Gedanken hat und möglicherweise ein bisschen variieren wollte. Nur, die Freiheit war eigentlich total, was das Licht betrifft. Also, man hat sich automatisch eingelassen darauf, dass die Kadrage ist eigentlich seine, also Fassbinders, aber die Lichtmöglichkeiten waren nahezu grenzenlos und es konnte ihm eigentlich nicht extrem genug sein oder wirr oder absurd oder dunkel oder hell. Und das hat eben sehr viel ausgelöst an Mut in einem, also man ging einfach über die eigenen Grenzen und hat da wirklich manches dadurch wohl, würde ich sagen, ausgelöst oder erreicht. Nicht immer, aber manchmal ging man weiter als vielleicht jeder andere. Fast unmittelbar nach Alexanderplatz kam Lili Marleen. Es war mein erster Kinofilm überhaupt. Also es war eine spannende und merkwürdige Angelegenheit. Die Besetzung war sehr illustrer, weil ich, der ich sehr italophil bin, Giancarlo Giannini hat mitgespielt, es war wunderbar. Also es war eine Freude und es war für mich so ein Aufbruch. Es war nach Alexanderplatz fast erholsam. Nach zehn Monaten plötzlich dann nur mehr zwei Monate oder zweieinhalb auf Englisch zu drehen. Es war so ein buntes, würde ich fast sagen, Kino-Stück. Ein Star-Vehicle. Hanna Shigula sozusagen zelebriert von uns beiden, denke ich. Also Fassbinder und ich haben ja, bevor ein Film begonnen wurde, nie sehr viel geredet über System, über Konzept, das wurde ziemlich improvisatorisch immer alles angegangen. Bei Lola gab es ein Gespräch und er meinte, ein bisschen kryptisch, ich sollte mir drei Filme anschauen, stellt sich aus diesen dreien, stellt er sich irgendwie vor, könnte man einen Weg finden. Das war Written on the Wind von Zerg, Barefoot Contessa von Mankiewicz und Johnny Guitar von Nicholas Ray. Also gut, ich habe mir diese Filme angeschaut, möglichst hintereinander. Und das Einzige, was für mich auffällig war, dass die alle noch diesen Technicolor-Touch hatten, also fast dieses Druckverfahren, also sehr prall in den Farben, ziemlich bunt und kräftig und kaum Halbtöne, also fast schrill. Jetzt war die Lola-Geschichte ja eine 50er-Jahre-Geschichte und da ich nun wirklich viel Freiheit hatte, ging ich einfach ans Werk, indem ich, wie man in Deutschland sagt, Bonbon-Farben. Also wir sagen in Wien Zuckerlfarben, also richtige Tragees, also diese Buntfarben von Blau-Rosa, Himmelblau, Türkis, was weiß ich, Rosé, ganz penetrant eingesetzt habe. Ich habe da am Anfang ein bisschen Angst gehabt, weil es gab eigentlich kein Gespräch mehr nach dem Anschauen dieser drei Zitat-Filme, sondern wir haben begonnen, wie immer, also einfach los und begonnen. Und ich habe da am Anfang immer gefragt, ob ihm das recht ist, wenn ich da ganz wild filter vor die Scheinwerfer, also es war extrem, denke ich. Und es konnte ihm gar nicht wild genug sein und nicht schrill genug und nicht bunt genug. Und da hat man sich in eine Art Rage hineingearbeitet. Ich denke, in der Zwischenzeit machen das einige nach. Ich glaube, ich habe einige Beispiele in der Zwischenzeit gesehen, wo ich mir dachte, ich kenne das von irgendjemandem. Ich wurde zwar nie zitiert, auch nicht der Fassbinder, aber mir kam das bekannt vor. Also für mich gab es eine Lieblingsgeschichte in Lola, über die freue ich mich jetzt noch, wenn ich sie sehe. Da sitzt Armin Müller-Stahl und Zukova im Auto, irgendwie nachts bei irgendeiner Tankstelle. Und ich hatte da plötzlich die Idee, wir machen das in Babyfarben. Also sie ein Baby in rosa und er ein Baby in blau. Also diese klassische Kinder-Wiegen-Farben. Und ich habe die ganze Szene tatsächlich, es ist gelungen irgendwie, exakt in der Mitte, also sie war rosa, er war blau im Schuss gegen Schuss, aber auch im Doppel hat das Licht genau in der Mitte, also wenn sich die geküsst haben am Schluss, war sie immer noch rosa und er blau. Es gibt dann auch in diesem Bordell in Lola, gibt es einen Flur, wo man, ich habe dann einfach eine Regenbogen-Filterangelegenheit über diese Dekoration montiert. Da geht, weiß nicht, Mario Adorf oder sie, auch die Zukova, einfach durch in dieses Zimmer. Und das ist einfach eine Fahrt von, also Regenbogen, einfach schlechthin. Alle Farben über dem Gesicht, ja, einfach lustvoll, lustvolles Beispiel, denke ich. Ich meine, das ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen viel und mancher findet das ein bisschen penetrant. Aber diese Art von Penetranz sollte natürlich auch diese 50er Jahre überinterpretieren. Und ja, ich muss sagen, zu dem Film stehe ich oder zu dieser Fotografie stehe ich nach wie vor. Also das Jahr 81, sozusagen erste Hälfte 81 war Lola und zweite Hälfte, ein anderes Extrem, unser erster gemeinsamer Schwarz-Weiß-Film, Veronica Voss. So wild, wie wir gesagt haben, wir machen einen bunten Film, nämlich Lola, genauso wild als jetzt Schwarz-Weiß, endlich können wir es mal versuchen. Ich denke, er war ein großer Liebhaber des Schwarz-Weiß-Films und meine Liebe war sowieso und ist unverändert Schwarz-Weiß. Leider ist es fast nicht mehr möglich. Wir kamen jetzt beide natürlich wieder auf den gemeinsamen Vorbild-Kameramann zu sprechen, Gianni Di Venanzo. Für mich war jetzt eine wunderbare Angelegenheit, also mich zu beweisen in meiner Zuneigung und Liebe und den Venanzo eigentlich zu zitieren. Ich war nie ein Freund des französischen malerischen Schwarz-Weiß, also so Aucan oder was auch immer. Mir war das zu weich, zu viele Grautöne. Also geliebt habe ich immer das Grafische, also Schwarz-Weiß und dazwischen eigentlich nichts. Also die Grafik, nicht die Malerei. Und bei Veronica Voss, denke ich, ist es weitgehend gelungen, diese Halbtöne überhaupt wegzulassen. Also das ist auch so, wenn man sich anschaut, die Venanzo-Filme vom Rosi, also Salvatore Giuliano oder später dann Otto Emezzo, wo, wenn man eine gute Kopie sieht, da hat das keine Halbtöne. Es geht wirklich nur vom Weiß ins Schwarz, was natürlich wunderbar auch für Gesichter ist, also für Frauengesichter im Speziellen, weil der Fleischton sich tatsächlich nur aus den Konturen von Maske, also von Schminke und weißer Haut befindet, was immer besser ist als jeglicher bunte oder auch rosé-Fleischton. Also in dieser Fotografie von Veronica Voss habe ich versucht, weitgehend diesem Vorbild nahe zu kommen. Und Fassbinder auch da wieder, muss ich sagen, stand total dahinter. Und ich hatte jede Freiheit. Wann immer ich ins Zögern kam, hat er mir sozusagen verbal einen Tritt gegeben, doch mutig zu sein. Also jeder Anfall von Feigheit bei mir hat ihn eigentlich dazu gebracht, mich zu stoßen. Und das habe ich auch nachher nicht mehr erlebt. Also jemand so furchtlosen wie ihn. Bei Veronica Voss, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es ein Schwarz-Weiß-Film war, dann würde ich glauben, es war vor allem ein Weiß-Film. Also wir haben uns ziemlich viel Mühe oder Umstände gemacht mit dem Weiß. Also das Schwarz war gar nicht so das Wichtige. Wie das Weiß, das eine dramaturgische Funktion eben hatte, was die gesamte Qual und Selbstqual dieser Figur betrifft. Wir versuchten mit dem Weiß eine gewisse Tiefe zu erreichen. Das Schwarz war sozusagen Beiwerk. Eine Lieblingsstelle, gleich ziemlich zu Beginn in Veronica Voss, ist die Straßenbahnfahrt, die irgendwie bei Regen Großhesselohe beginnt, Wald endet, ich weiß nicht mehr genau, gleich bei der Bavaria draußen haben wir das gedreht. Also das ist in der Straßenbahn, im Wald, gleich bei dieser Endstation irgendeiner Linie, ich weiß nicht mehr, wie das ist. Auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich zur Bavaria hinausfahre und wenn ich mal in München bin, dann erinnere ich mich an Veronica Voss, wenn ich an dieser Straßenbahnhaltestelle vorbeifahre. Das war ziemlich spannend. Und das ist auch ein Beispiel, finde ich, für hartes Schwarz-Weiß, also wo sozusagen die Brutalität des Lichtes gefragt ist. Ich bin zwar nicht brutal, aber um Schwarz-Weiß wirklich erreichen zu können, muss man so gesehen ja brutales Licht machen. Das Abstrahieren des Bunten sozusagen im Kopf war für mich nie ein Problem, weil ich glaube, ich habe auch jeden Farbfilm, also ausgenommen Lola, aber Alexanderplatz zum Beispiel, war weitgehend wieder auf den Sternberg zurückführend, eigentlich Schwarz-Weiß gedacht. Es war zwar in Farbe gedreht, aber wenn man den Fernsehapparat oder den Monitor oder was umschaltet auf Schwarz-Weiß, würde es genauso funktionieren in Schwarz-Weiß. Also das, was man bei Farbe versucht mit weicherem Licht oder mit gewissen, ja, eine andere Steilheit des Negatives herzustellen, das war für mich bei Alexanderplatz schon gleich wie beim Schwarz-Weiß. Und so gesehen versuche ich sogar heute noch eigentlich jeden Film, wenn die Farbe nicht ein wirklich dramaturgisches Element ist, wie etwa bei Lola. Ich würde, ich mache alles irgendwie ähnlich wie schon. Es könnte man alles als Schwarz-Weiß-Film verwenden. Bei Veronika Voss kamen wir in die Situation, dass seit langer Zeit wieder ein Schwarz-Weiß-Film auch aufs Kopierwerk zukam. Ich glaube, es war in diesem Fall die Bavaria noch. Und ich habe schon versucht, beim Drehen ein anderes Gamma, das heißt ein steileres Negativ herzustellen. Also das heißt, die Halbtöne, diese Grauwerte, von denen ich vorhin sprach, möglichst zu entkräften oder überhaupt zu vermeiden. Also eine Schwarz- oder Weiß-Schwarz-Welt. Und das, was dazwischen ist, sollte sich auflösen. Das heißt, man konnte das durch eine gewisse Art von Entwicklung des Negativs schon mal unterstützen. Und man musste das dann in der Folge, was das positiv betrifft und die positive Entwicklung, was die Kopien wiederum betrifft, auch berücksichtigen. Also man konnte das nicht nur irgendwie 0815 herunterkopieren. Das war zum Teil, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ziemlich kompliziert, schon weil eben die Kopierwerke nicht mehr auf diese Art von Arbeit konditioniert waren. 91 Prozent war Farbe. Und es kostete einige Mühe und einige, sagen wir mal, Tests und Negativ-Tests und Entwicklungstests, um dieses Negativ herzustellen. Man hat eigentlich nie abgewartet die Reaktion auf den gerade gemachten Film, sondern man ging nahtlos in dieser Kontinuität dieser Zeit, in den Nächsten über. Also man hat gar nicht abgewartet, ob das jemand akzeptiert oder nicht. Man hat einfach wild drauf losgearbeitet, und zwar in die nächste Extreme natürlich. Also von der Farbe der Lola in die Schwarz-Weiß-Geschichte der Werner Gefoss. Oder aber, Karel war ja nun wirklich ein anderes Exempel, aber an Künstlichkeit ja wohl kaum zu übertreffen. Also ich würde sagen, wir waren ziemlich voller Mutes. Und Karel war dann das letzte gemeinsame Erlebnis, das wir hatten, also Fassbinder und ich. Karel wurde, also ich muss vorausschicken, ich habe das Buch von Jeunet nie gelesen und wusste eigentlich überhaupt nichts über die ganze Sache. Ich habe dann ein Drehbuch bekommen und die Überlegung war, das Ganze in einem Studio zu bauen, den gesamten Film. Er wurde unter extrem großen finanziellen Problemen hergestellt, nämlich in vier Wochen gedreht, soweit ich mich richtig erinnere. Also in extrem kurzer Zeit. Es war der erste gemeinsame Film in Cinemascope, also anamorphotisch. Das ist ein wichtiger Punkt, weil wir hatten, also Fassbinder hatte wohl schon irgendwann mal einen gemacht, also Jahre davor. Whitey war das, in Spanien, glaube ich, mit Ballhaus, denke ich. Aber ich habe noch nie Cinemascope gedreht und das war natürlich wieder eine völlig neue Erfahrung und von der technischen Seite nicht sehr entwickelt, damals noch, also mühsam und kompliziert noch dazu, weil die Dekoration eben gebaut in einem Studio nur bedingt Möglichkeit hatte, sich zurückzuziehen. Das heißt, man war immer sehr eng dran. Ich habe, ich muss gestehen, Karel als Geschichte nie verstanden. Nur ich war, ich war, es ist, also die Bibel der Schwulen, ich stand immer ein bisschen daneben und habe das aufmerksam betrachtet, zum Teil auch belustigt, muss ich sagen. Ich hatte das große Vergnügen, allerdings Jean Moreau kennenzulernen bei diesem Film. Ich bin nicht sicher, ob sie wusste, worum es geht, genau. Aber sie hat sicher den Genet gelesen. Aber sie ging in diesem, wie soll ich sagen, in diesem fast Wachsfigurenkabinett, dieser Schauspieler, wie eine Göttin durch und es war sehr vergnüglich, muss ich sagen. Am 1982, ich glaube, es war im Juni, ist Fassbinder gestorben und man könnte jetzt sagen, hat mich in einer gewissen Leere hinterlassen, weil es war unklar, wie ich weitermachen sollte, mit wem, welche Regisseure. Es war nicht so einfach und ich habe mich entschlossen, ich hatte die Möglichkeit, einen eigenen ersten Film zu machen als Regisseur und habe den auch ein halbes Jahr später begonnen. Schwarz-Weiß-Film, Stiller Ozean hat er geheißen und es war eigentlich der Beginn und ich habe mir das zur Frage gestellt, ob ich das selber machen will in Zukunft oder eben doch Kamera weitermachen will. Vielleicht woanders hingehe, nach Frankreich, nach Amerika, weiß ich es nicht. Kurzum, ich habe mich entschlossen, lieber selber Filme zu machen, hier, letztlich wie Fassbinder. Also ich bin nicht weggegangen, ich wollte nicht weggehen. Ich hätte das als Kameramann durchaus gekonnt, speziell in dieser Nach-Fassbinder-Zeit. Ich habe mich entschlossen, es selbst zu versuchen. Die Zusammenarbeit mit dem Fassbinder hat eigentlich von Anfang an, also von Alexanderplatz an, ein durchgehendes Motiv gehört, nämlich eine gewisse Künstlichkeit. Also das war in keiner Weise naturalistisch betrachtet, also weder Alexanderplatz noch Lola noch Veronika Voss, Karel schon gar nicht. Am ehesten Lili Marleen, wobei auch da eben als Star-Film, als Vehikel der 40er Jahre auch eine gewisse Künstlichkeit war. Und man könnte sagen, es hat sich aus diesen, in diesen fünf Arbeiten wirklich, ich möchte gar nicht sagen, etwas entwickelt. Es war eigentlich, es ist gleich geblieben. Es ist nur von einem Extrem ins andere gefallen. Also, und das war eben vorher nicht der Fall. Ich weiß es nicht, ob es in Fassbinders Arbeit vorher war, in meiner auf jeden Fall nicht. Und nachher nicht. Diese, ich möchte fast sagen, wilde, diese wilde Lust, würde ich mal sagen, zu experimentieren. Und zwar zu experimentieren, nicht in einem Experimentalfilm, sondern in durchaus kommerziellen Arbeiten, also die im Kino ja möglichst von vielen Leuten gesehen werden sollten, hat man nicht die Scheu gehabt, sich irgendwelchen Mainstream oder irgendwelchen Gegebenheiten hinzugeben. Man hat tatsächlich versucht, an Grenzen zu gehen. Also, an die eigenen Grenzen, aber auch an die Grenzen des Zuschauers, nämlich, ob er es mitkriegt, ob er es begreift, ob er mitgeht, ob er es akzeptiert. Es war uns eigentlich irgendwie wurscht. Also, es war eine recht, würde ich sagen, skrupellose Zeit. untertitelung des ZDF, Untertitelung des ZDF, 2020